Endlich geht's wieder los. Wir freuen uns riesig, euch wieder bei uns in der Region Wilder Kaiser begrüßen zu dürfen. Für die Sicherheit unserer Gäste testen wir unsere Mitarbeiter regelmäßig und führen ein Gesundheitstagebuch. Wir gewährleisten euch in unserem Hotel volle Sicherheit durch Desinfektionsmittel in allen Bereichen. In unserem Haus haben wir die Lüftung adaptiert, sodass dauerhaft frische Luft von draußen hineinströmt, egal ob die Fenster nun geschlossen oder geöffnet sind. Wir haben in allen öffentlichen Bereichen CO2-Messgeräte, um eine kontrollierte Frischluftzufuhr gewährleisten zu können. Bei uns im Haus sorgen wir für eine verstärkte Reinigung durch den Einsatz von Kaltvernebelungsgeräten, Luftfiltergeräten und das sorgt für ein sicheres und sauberes Ambiente. Bei uns gibt es Online Check-In, Online Check-Out vom Zimmer aus und die Gäste haben jetzt auch neu diesen Sommer die Möglichkeit im Garten zu essen. Wir bieten ausgeweitete Abendsessenszeiten an, damit der Gast in Ruhe seinen Tisch reservieren kann und den Abend genießen kann. Für die Sicherheit unserer Gäste bekommt jeder Gast einen Handschuh bei uns am Buffet und für die Umwelt achten wir darauf, dass er nicht aus Plastik ist. Wir freuen uns sehr, dass auch unsere gesamten Wellnesswelten und die Sportanlagen für alle unsere Gäste geöffnet sind und selbstverständlich achten wir auch hier auf die entsprechenden Abstandsregelungen, auf die maximalen Personenanzahlen, sodass ganz viel Freiheit und Geborgenheit gleichermaßen gewährleistet sind. Auch bei den Apartments, bei den Ferienhäusern, bei den Ferienwohnungen, da seid ihr unter euch und auch die Saunas, da wird für euch reserviert, dass jeder alleine rein kann. Gemeinsam mit Hausverstand und Abstand für eine wunderschöne Sommersaison am Wilden Kaiser. Wir freuen uns!